Das ist die einzige Krabbelung, die wir können, ja? Mhm. Hin und her, her und hin. Also gefühlt. Hier kommen wir nicht richtig weiter, ne? Weil wir können uns da hochwehen lassen, glaube ich, mit dem Regis. Oh, den vergess ich mal. Der ist neu. Flieg erstmal drauf, die Mitte, oder? Ob's den kribbelt, wenn wir auf ihm rumlaufen? Ich denke, er kriegst nicht mit. Guck mal, Trühchen. Da ist noch eine Truhe. Da können wir hin. Oh, ist da unten noch irgendwas? Guck mal, da ist doch auch so ein Punkt noch außen. Ja, auf zum Zacken. Ja, auf zum Zacken. Aber wahrscheinlich auf der, wenn ich anders drehe. Aber lass uns hier erstmal noch kurz schauen, weil dann kommen wir erstmal nach oben. Können wir die sehen vielleicht von hier? Da ist die Truhe. Fuck. So, und dann muss das auf dem zacken. Dann muss das andere so drei zacken, weil er da hinten hat. Da ungefähr. Ja. Da war doch ein Auge gerade. Da. Fuck. Herrlich. Miefers Gebet ist bereit. Miefers Gebet ist wieder da. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Eine wahre Entlastung. Vorsicht, ich nehme das Loch. Ah, muss ich fliegen? Keine Ahnung. Komm ich wieder zurück? Ah, klar. Ach, die kleine Schufe da. Das muss. Ich weiß nicht. Sag gern Frosch. Sonne kommt. Sonn-schein. Es gibt Sonne und Sonne. Reaktor-Kern. Muss ich jetzt ehrlich nochmal den Aufwind benutzen dafür? Oder du drehst das Biest. Und dann was passiert mit dir? Dann rutschst du da wieder drauf, oder nicht? Achso, da rein dann, ne? Rutsch ich. Du kannst auch da drauf stehen bleiben. Ajo. Okay. So fahr so gut. Aber der, der, der sieht auch fies aus, ne? Ah, da oben. Du hast ne Auge dazu. Xyf! Xyf! Moin, ihr Nerds. Moin. Aha. Ich hab Bock noch auf so nem Würstchen. Ist das ganze... Ja, wir können nicht noch ne Packung aufmachen. Ist das ganze Gerät nur der Dungeon oder auch der Titan zugleich? Beides. Beides. Zwei nur noch. So. So. So nämlich. Kein Problem alles. Have fun. Ja, wir versuchen's. Aber wir haben sehr viel fun. Einmal spinnt er so richtig weit. Oh. Wilder Hund. Eidexe. Fenster. Okay, mal gucken. Einer ist da, wo das Feuer ist. Und der andere ist... Okay, der Kampf ist auf jeden Fall nachher auch hier draußen wahrscheinlich, wa? Hoffentlich nicht. The Weißwurst LP. Das war mein zweiter Titan. Ah ja. Grüß dich Weißwurst LP. Unser letzter ist es. Einen noch. Der ist das letzte. Guck mal hier. Ist da noch ne Fackel? Ah, da ist die Kugel. Aha. Sehr gut. Aber wo bekommen wir das Feuer her? Vielleicht drehen wir gleich mal die Einstellung. Oh, bitte nicht. Ich drehe mal kurz, ja? Mach ich. Ist ok. Aber... Oh! Ne, ich dachte egal. Ok. Ja, wir brauchen hier Feuer. Ja. Und dann rollt die Kugel runter. Mhm. Mhm. Aber wo kriegen wir das her? Guck mal, das ist unsere Kampffläche für nachher. Jo. Freu mich schon. Ja? Was noch? Eine Stunde 45. Ist auf jeden Fall gut machbar. Würde ich sagen. Oh ja. Oh, ich muss einmal kurz... Einmal... Schobern? Die... Rutscht dann mal so hoch und das... Wird dann so eng. Ja, wird eng. Kenn ich. Deswegen sollte man als Heranwachsender, besonders als Heranwachsender keine zu engen Hosen tragen. Ja. Schädig. Das schränkt ein in der Entwicklung. Denk ich auch. Tipp der Titan ist rot. Ja, ich glaube das ist ein Toll-Tipp. Das wage ich einfach mal so zu. Ja, keine Ahnung. Wir müssen von drin... Jetzt habe ich schon wieder den Ort vergessen, wo die es war. Da oben irgendwo. Ach, hier da. Okay, wir brauchen jetzt die Feuer. Hä? Hä? Was ist er denn? Gib ihm mit der Fackel. Ne, ne, die spare ich schön. Whitechapel, 1888. Ich schwöre, ich kenne euch irgendwoher. Ja, das lass uns doch mal rausgehen jetzt, Whitechapel. Wo kommst du weg? Erste Frage. Wo kommst du weg? Guck mal, hier ist eine Leiter. Ah, okay. Kann man, aber Leiter kann man nicht klettern mit. Mit der Fackel nicht. Mit der Fackel nicht. Keine. Okay, sehe ich die Fackel? Nee. Hast du gedacht, Pfeil vielleicht? Mhm. Bielefeld, lol. Ja, guck mal. Aha. Wir kommen nämlich auch aus Bielefeld. Das ist schon mal gar nicht unwahrscheinlich. Ein Bielefelder. Ein Bielefelder. Selten ist gut. Hier? Hier auf Twitch. Bei uns. Schön. Sei herzlich willkommen. Aha. Die ist nämlich auch Bielefelderin. Die Smock auch. Wuh, Bielefeld. Welche Ecke von Bielefeld? Er so zentral. Wir sitzen in Jöllenbeck. Kann man ja erzählen vielleicht. Gersusbeck. Gersusbeck. Jöllenbeck. Kranker Zufall. Bist du wirklich gerade hier zufällig drüber gestolpert? Wie hast du es gefunden? Hier ist kein Feuer. Blau. Mann. Ja, es ist innen drin, musst du. Ja, aber wie denn dann? Mit Drehung? Klar, genau. Das wäre stressig. Gellershagen. Ach guck mal, das ist ja, da fahren wir jeden Tag durch. Wahrscheinlich hast du uns mal an der Bahn gesehen. Haha. Oh, das wäre so scheiße. Das wäre schlecht. Vielleicht hast du uns mal an der Haltestelle gestanden. Wabenhausen Süd oder so. Wabenhausen Süd. Okay. Endzone. Moinsen. Bin auch Bielefelder. Guck mal, was denn hier lohnt. Bielefeld Raid oder was? Hä? Hä? Da gibt es Leute, die da wohnen. Hä? In dieser Stadt. Von die Bielefeld. Er dümpelt ja einfach so auf Twitch irgendwo rum und ist dann hier hängen. Warum hast du die Droh nicht geöffnet? Weil der Scheiß drin war, den ich nicht brauche. Geil. Cool, dass ihr alle da seid. Ich meine, die haben wir schon geöffnet, oder nicht, Digidi? Möglich. Ich drehe nochmal kurz. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind hier in so einem kleinen Umfeld. kleinen Fernsehstudio in Bielefeld und senden hier auf Twitch mehrmals die Woche. Seid herzlich willkommen bei uns. Ja, herzlichst. Herzlichst. Damit ihr uns wieder findet, schnell das Follow nicht vergessen, ist nur ein Tipp. Pro Tipp. Pro Tipp. An der Truhe warst du noch nicht, sagt Digidi. Nee? Nee. Masi war doch auch Paderborner, oder Erich nicht? Ja, tatsächlich. Oh je, da nicht hin. Kannst du dich um 180 Grad drehen? Ja. Nur 90? Ja, wir haben ja noch nicht geöffnet, aber wir kommen jetzt. Aha, guck mal. Whitechapel und Endzone beide. Vielen Dank für eure Erfolgerung. Danke schön. Wir kommen mit der Familie. Cool, dass ihr da seid. Ich freue mich, wenn Bielefelder Zuschauer sind. Ich freue mich über alle, aber wir haben zum Beispiel eine große Ruhrpott-Fraktion. Und manchmal haben wir den ein oder anderen Bielefeld-Insider am Start. Und dann denke ich mir, wäre es cool, wenn die Leute verstehen würden. Oh ja, er passt jetzt nicht rein. Und jetzt? Kann ich klettern mit dem Ding? Nee, kannst du nicht. Kannst du euch? Kannst du jetzt nicht irgendwie anders was anderes machen? Kannst du nicht jetzt drehen? Irgendwas brennt an mir. Oh, eine Fackel, aber mit Feuer. Diese Fäder müssen zusammenhalten. Sehr gut. Ja, ey, cool, Mann. Dir auf dem Steg, auf dem du gerade läufst. Also irgendwie... Ah, oder? Können wir da lange hochlaufen? Und da ist ein Tropfen. Was willst du damit jetzt? Damit muss ich wahrscheinlich gleich irgendwas... Später, genau. Später. Auf, zu, zu, auf. Hier drauf? Ach, wie meinst du? Glederbogen. Glederbogen. Brauche ich auch nicht. Wohl doppelte Haltbarkeit. Doppelte Haltbarkeit, die Guide. Kannst du auch wieder einen von den Bögen, die du jetzt gerade benutzt. Vielleicht den, den du equippt hast. Einfach raus. Flitterbogen. Der Robo. Okay. Kann mal hier vielleicht. Dann drauf. Ne, dann sind wir auch wieder nicht. Warte, wo komme ich jetzt hier hin? Ne. Wo wäre denn das? Warte mal, ich glaube, wir müssen andersherum reingehen. Ich glaube, ich muss erst von der Stelle, wo ich hin muss, gucken, dann einen Weg suchen. Guck mal, du willst mich. Ja. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Ach nix, er wäre nicht du. Twitter haben wir natürlich auch. Auf jeden. Überall. Facebook, Twitter, Instagram. Na, wobei bei Instagram sind wir Nerdstagram. Was sehr lustig ist. Was sehr lustig ist. Wir lachen häufig darüber. Wir haben sonst wenig zu lachen. Wir haben nicht so viel zu lachen leider. Wenn du jetzt hier, kannst du hier denn auch hochlaufen? Fynn und zwei Bielefelder jetzt aus Zufall. Zufall gleichzeitig? Das kann doch gar nicht möglich sein. Guck mal, hier. Das würde gehen. Das würde gehen. Und dann? Pass auf. Und dann dreh ich. So. Und dann bin ich hier. Naja, dann bin ich hier wieder hier. Wo kommen wir eigentlich her? Kann ich das auch in der Spiele mitnehmen? Sollen wir einen kleinen Behinder das tun können? Ist das ja schön, ne? Aha. Endzone LP falls ja jetzt. So schnell geht das. LP? Also auch ein Content-Ersteller. Ja, ja. The Weißwurst LP. Okay. Mmh. Scheiße. Geben gleich der Haustitsch mal bitte nicht. Das ist ja so kleines Bielefeld. Selbst Bielefeld nicht. Okay. Irgendwie durch eins dieser Löcher vielleicht. Genau. Bleibt da mal stehen. Wenn wir sagen, wir... Ne. Wir können ja nicht fliegen, ne? Mhm. Aber wir springen von da oben in eins von den Löchern? Also wir müssen von irgendwo in diese Löcher. Vielleicht hier. Oder vielleicht ins untere. Das ist doch alles. Das sind die beiden Rechte, ne? Nochmal ganz kurz. Da sind die beiden eins noch nicht irgendwie gehen. So. Wo kommen wir denn da gut raus? Haben wir nochmal oben nochmal geguckt? Hier kommen wir doch überall hin mit Wackeln, ne? Ja, ja. Das hat nicht funktioniert. Testsprung. War ein Test. Das ist jetzt noch Bielefelder. Einfach dann irgendwie hier. Ja, ja. Mega gut. Und gleich zwei. Wie unwahrscheinlich ist das? Also das könnte klappen. Da drauf. Kann ich mir vorstellen. Mit Fusch. Da sind wir draußen. Oh mein Gott, so viel Geld! Oh, ein Donation. Support! Support! Wer beglückt uns? Äh. Whitechapel. Whitechapel. Metal, Leute! Metal, Leute! Darauf ein Kartoffel, Pommes, Gabel. Okay, das klappt, das klappt, das klappt. Dankeschön. Whitechapel. Metal ist cool. Ist okay. Metal ist cool. Kommen wir gut mit. Er ist ein, ähm, Drachenlord-Fan. Endzone. Bin durch Soulbound. Bin durch Soulbound hier hingekommen. Ah! Na siehste mal. Der Johnny hat sich eben doch auch noch hier rum getrieben. Da ist er. Gucke, da. Johnny Soulbound. Bielefeldliebe. Sieh an. Sieh an, sieh an. Hast du gehört, Johnny? Johnny? Durch Soulbound. Gut. Hier jemand hingekommen. Meint man nicht. Durch eine Metal-Band. Richtig cool. Sehr cool. Bielefelder. Johnny! Johnny! Oh Johnny! Ja genau, das sind die, 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 das sind unsere... Was zum Fick macht Johnny hier? Haha. Der ist also auch bekannt, ja? Seht ihr mal. Die waren gestern hier zu Gast. Johnny war gestern bei uns. Haps. Ähm. Aha. Haps. Ein cooler Do-Do. Johnny, ich sag nur Maori, dann weißt du Bescheid. Ach guck mal, Whitechapel, wenn der sich in der Bielefelder Bandszene bewegt, ist da vielleicht die, äh... Die schon wieder. Nehm ich mal woanders. Ich liebe eure alternativen Lösungswege. Ja ey, Digga. Das ist unser, unser Stil. So. Daneben. Mann. Guck mal ey, Bielefeld jetzt hier. Warte mal, wo ist diese Kugel jetzt hingekugelt? Noah, guten Morgen! Na, alles fit für euch? Ja. Guten Morgen kannst du auch nicht mehr sagen um halb drei. Also notwendig nicht. Ähm, ja komm. Schon. Na, wo ist sie jetzt hingekugelt? Die kugelt da zu dem, da in die Mitte, da wo, im Großen. Deswegen spielen die Zelda ja auch erst seit 34.631 Stunden reißen. Sagt Mr. Rage. Dreh nochmal. Ja, Rage, der ist nicht da. Sicher. Ja, eine lustige E-Mail lassen. Ich muss sie mal zeigen. Ja? Haben die Held gelandet? Guten Morgen passt schon. Ihr seid auch alle aufgestanden jetzt erst, ne? Feiertag und so. Feiertag? Feiertage wie die duften. Da drin? Könnte sein. Ha! Lösung! Okay. Eigentlich hätten wir den Euro eben in unsere Tasse tun müssen. Hätten wir. Haben wir nicht. Sechs Stunden. Johnny sammelt jetzt. 23 Sternsteine. Das würden wir machen hier bei den ganzen Gewinnspielen. Morgen. Wette? Weißt du, wo ist LP? Ich habe heute Schule. Ah ja, okay. Das heißt, du bist aus welchem Bundesland? Aus weit weg. Weit, weit weg. Okay, der Letzte. Der ist hier mit dem Feuer. Okay, was gilt es hier zu tun, Dirk? Soll ich da mal dranhauen? Ne. Das funktioniert. Dann können wir einfach durchfliegen. Das hat auch nicht funktioniert. Irgendwas dahinter, was du greifen kannst? Es muss hier doch irgendwo in diesem ganzen Ding irgendwas sein. Oder irgendwas mit den Symbolen da unten? Weiß ich. Es sind andere, ne? Vielleicht gibt es eine Reihenfolge. Es gibt eins, was richtig ist. Ich mach mal eine Bombe. Niedersachsen, gar nicht weit weg. Ja, Niedersachsen ist um die Ecke und hat aber trotzdem keinen Feiertag. Das ist das Gemeinde. Jetzt bin ich aber bei dir. Ich guck mir grad das Replay von Trunks an. Wie großartig. Kann man sich das schon angucken? Von eben? Weiß nicht. Eigentlich nicht. Ah, guck mal, Linse. Mach mal kurz Werbung für unsere Seite. Das ist keine blöde Idee. Wir haben nicht eine Website auch. Nester. De. Und ähm. Das ist richtig schlau. Ich glaub nicht, dass es geht. Geht nicht. Ich kann's auch nicht. Und da kann man News lesen und so weiter. So, doch. Kannst du nicht? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Es ist nur Zeit lang. Da ist auf jeden Fall das Ding direkt. Direkt das Gerät ist da. Scheiße. Gibt's einen anderen Eingang? Guck doch mal. Warte mal. Kann man in dem Schwanz? Guck mal hoch, guck mal hier. Guck mal da oben, oben lang. Autsch. Mann. Verhalten. Guten Morgen. Nicht verraten, wir sind gleich soweit. Wir haben's gleich. Geduld. Ah, warte mal. Die Symbole. Hup. Schmetsch. Fertig. Endlich Feiertag. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Nee. Wir müssen bestimmt vom Schwanz raus heilen. Wir haben mit dem Schwanz noch gar nichts gemacht. Das kann nicht sein. Wahrscheinlich. Kann schon sein, dass wir vom Schwanz heilen. Schön Schwanz. Schön vom Schwanz heilen. Hier ist noch ein Schwanz. So. Verlassen wir's. So, was ist hier denn? Da waren noch Symbole drauf. Ist das eins von den Symbolen gewesen? Jetzt kommt der schon wieder mit seinem Riesenrad. Muss ich noch was lernen? Ausgelernt hat er gesagt. Für heute. Ausgelernt. Lebenslanges Lernen. Lebenslang. Nee, so weit raus müssen wir glaube ich nicht. Wäre mir auch befremdlich. Also und ich fühl mich hier nicht wohl. Sag ich wie's ist. Aber da ist doch noch mal so ein Klotz hinten dran. Was wäre das denn für ein Klotz, wenn man den nicht irgendwie was damit tun könnte? Guck doch mal. Aber du kannst es ja auch erst mal drehen. Dann kommen wir auf die andere Seite. Oder? Wie? Welche andere Seite? Ja, von dem... Ach nee, das war... Ach, das war... Irgendwie ging nicht. Genau, ich erinnere mich. Sorry. Jetzt hab ich mir vergessen. Dass der Schwanz hier irgendwie gerade bleibt. Der Schwanz bleibt gerade. Kinderschokolade. Mach den Pimmel gerade. Mach die Scheiden rund. Ficken ist gesund. Alter. So hieß es damals bei uns. Hier ist doch ein Symbol. Die Symbol ist doch nicht ohne Grund hier. Doch. Ich spreng es. Nützt nichts. Geh mal wieder runter. Kratsch. Also irgendwie von außen rein, kann ich mir auch vorstellen. Oh, nee. Was? Lebe. Oder? Ich zieh nicht, dass der eins war. Ahhhhhhhhhh. Ich zieh mal wieder runter. Komm. Zum Feuer. Können wir da irgendwo anders durch vielleicht? Kann man irgendwas anzünden? Irgendwo was aufsprengen? Geht da in der Ecke? Ist da ein Symbol an der Wand? Ich sehe nichts. Geh mal dahin. Jetzt guck dich mal hier um. Oh. Siehste, weil du immer nicht dich umguckst. Weil du immer dann so tote Winkel lässt. Ohhhh. Das war doch wieder richtig klar. Nee, hier ist nichts. Einmal kurz. Nee, hier ist nichts. Wir müssen zum Schwanz. Aha. Sowas hätte ich gebraucht. Das wäre passend. Genau, aber solange der Schwanz nicht über 30 Grad ist, ist das kein Problem. Ach so, jetzt müssen wir drehen, genau. Guck mal. Guck mal. Da sind wir doch. War doch eigentlich ganz leicht. Eigentlich war das ganz leicht, ne? Mann, viel zu lange. Grrr. Sauber. Alle Kontrollsiegel sind gelöst. Richtig Cake. Jetzt schmeißt noch die Steuerungseinheit an. Cake and work. Jetzt schmeißt noch die Steuerungseinheit an. Boah, Amina, ob du uns nochmal so ein Würstchen geben könntest? Guck mal, Cerberux kommt an den Start hier. Drei Stunden. Drei Stunden? Naja, ist jetzt schon die ganze Zeit hier dabei und sammelt. Immer noch Newbie aber. Ist noch Newbie, aber das geht ja schnell vorbei. Johnny Soborn is now hosting you. Yes! Danke für deinen Host, Johnny. Ja, war auch ganz leicht. Ich fand's leicht. Du fandest es auch so leicht wie ich? Ich fand's leicht. War leicht, ne? Haben wir direkt, wie wir es wieder durchpickt haben. Ja, wir sehen sowas immer schnell. Das beeindruckt mich. Das war doch hier, oder nicht? Ach, da. Oh, Hawk muss noch selbst noch auf Arbeit nachher. Amina, so eine Wurst? Wäre das drin für uns? Komm zu, Castro. Moin! Ah ja, warte mal. Jetzt gibt's aber Story erst. Warte, warte, warte. Wurst, Wurst, Wurst muss zurückgeschnitten werden. Ja, ja. Erst Story, dann die Wurst. Erst die Story, dann die Wurst. Caro, dir danken die beiden auch für den Host. Äh, ja, danke Caro für deinen Host. Hat sie? Hätte ich gesehen. Dieses Monster hat Ganon verhundertgelt. Sie hat sich vor Jahren erschaffen. Mich hat es erwischt. Aber an dir wird es sich die Zähne ausbeißen. Mach es fertig, Bruder! Nimm dich vor diesem riesigen Schwert in Acht! Nimm dich vor diesem riesigen Schwert in Acht! Feiniger des Titanen! Okay. Erst mal ganz entspannt, okay. Schön so ein Schild. Ah, Rorgo, willkommen in der Familie! Vielen Dank, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist. Grüß dich! Oh je, wir sind dankbar für Horst, genau. Du hast dein Auge getroffen! Ah! 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 Er holt richtig aus! Ins Auge musst du schießen! Jetzt gib's ihm hart! Ich gib's ihm! Hast du den Master Schwert? Ja! Schwert! 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 Auge! Ja, siehst du die Pipa lernt. Willkommen in der Amazing Geilen 4k Family X! Ja man! Das ist unser neuer Name jetzt! Helft der Family Badirn! Kacke! Warte mal! Vielleicht kannst du… Ach, nee, du bist draußen, du kannst keine Ahnung sein! Ha 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 ha! Au 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 au! Oh, ha 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 ha! Wir sind fast down! Hast du was zu essen? Ich hab Miefas gebet! Ja, aber lass doch erst was essen! Oder? Warum? Weil dann verkacken wir nicht. Können wir immer noch dann. Irgendwas mit mehr Angriffskraft vielleicht. Alter, wir sind richtig wack. Jetzt! Immer feste drauf! Das ist so hoch. Ja! Fuck! Du könntest höchstens das... Ah, flug. Ich weiß nicht, ob das jetzt lohnt. Das ist nur noch einmal. Das kann es ja nicht sein. Irgend frustrierend. Ich habe mich verloren. Er ist riesig. Da ist er. Das ist deine Chance, Bruder! Leck mich doch am Sack! Ersaug deine Wunden, sonst ist das aus! Oh, okay. Oh, okay, erst mal. Oh, oh! Oh je! Oh je. Oh je! Oh je! was auf seine feuerwelle auf wir sind brandgefährlich baby moin welchen sack er weiß ich kann sie auch nicht das ist eben mein final aha er ist dumm die dazu nein 0 wenn er so ein ding ist bombe jetzt weiter ja mehr wieder weg er kommt angeflogen das ist ein langes freuerspärchen eispfeil vielleicht vielleicht ein eispfeil vielleicht während der so ein ball ist ist das auch klar? ne ja sag ich doch immer fester drauf er fiel zu hoch oh no einfach so ja komm fuck it alter gib mir die Pfeile soll er nochmal hier er hilft dir ein Wackjob egal gib ihm gib ihm doch richtig fisch die Pfeile alter jetzt gib sie ne oh hi Zen hallo na wir sind grad hart im Endboss also einer mal wieder das ist Zen hat sie verdient gib her die ganze? doch mit he wenn wir Der letzte Titan! Okay, Story! Aufpassen, Amina! Story! Story!